Der Hamburger SV hat auf seine sportliche Talfahrt reagiert und Trainer Joe Zinbauer entlassen. Bis zum Saisonende übernimmt Sportdirektor Peter Knebel. Er soll den ersten Abstieg aus der Bundesliga noch verhindern. Joe Zinbauer hat alles gegeben für den HSV, sagte Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer. Nach den jüngsten Ergebnissen und den Anbetracht der sportlichen Gesamtsituation sahen wir uns jetzt aber gezwungen, eine Veränderung vorzunehmen. Durch die 0-1-Heimniederlage gegen Hertha BSC ist der HSV auf den Relegationsplatz 16 abgerutscht. Seit mittlerweile sechs Partien wartet der Bundesliga-Dino auf einen Sieg.